Musik Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Humigmann Nachrichten vom 20. Juni 2013 mit der Nummer 117 Große Teile der Welt Viele Menschen wehnen sich derzeit entweder zwischen den Dimensionen oder schon in anderen Dimensionen, aber in anderen Belangen mehr als fest in der Dreidimensionalität verhaftet, nämlich bei der Ernährung. Der Terminus Bewusstwerdung sagt schon einiges aus. Eines der wichtigsten Dinge des Lebens ist unsere Ernährung, unsere Einstellung zu dem, was wir unserem Körper zumuten. Dabei geht es primär gar nicht so um die Frage, alles essen oder vegetarisch oder vegan, sondern was im Terminus Bewusstwerdung schon enthalten ist, sich bewusst werden, was man zu sich nimmt. Unsere tägliche Nahrung sollte nicht aus wertlosen, krankmachenden Magenfüllmaterial bestehen, sondern wertvoller Energielieferant für das Wunder Mensch. Je höherwertiger die Lebensmittel, die wir essen sind, umso effizienter kann sie unser Körper verwerten, merkte Schnittpunkt 2012.blogspot.co.at völlig korrekt an. Welt Unser Geld- und Finanzsystem weist eine Sollbruchstelle auf. Alle paar Generationen kommt es zum großen Zusammenbruch, egal ob wir in der Krise sparen oder investieren. Die Entwicklung in Griechenland, also Schuldenschnitt und Zypern mit Zwangsabgabe und Kontenzugriff, sind die Vorboten des großen Crashs. Er kommt scheibchenweise. Wesentlichen Anteil daran hat das Zinseszinssystem, meinte goldreporter.de richtig. Sao Paulo Zehntausende Menschen haben in Brasiliens Städten erneut gegen Misswirtschaft, Korruption, steigende Kosten protestiert, gewalttätige Auseinandersetzungen und Ausschreitungen. Die Regierung hat nun paramilitärische Spezialeinheiten und der Sicherheitskräfte in einige Städte in Marsch gesetzt, teilte das Justizministerium mit. Die Spezialeinheiten wurden in fünf der sechs Austragungsorte des FIFA-Konfederationscup verlegt. Die Truppen der Fuerta National sollen die Sicherheit bei den Spielen verbessern. Die Provinzregierungen hatten um die Unterstützung gebeten. Für die Stadt Rehkhaife, den sechsten Austragungsort des Fußballturniers, habe der zuständige Gouverneur keine Hilfe angefordert. Nach den Worten eines Ministeriumssprechers habe die Entsendung der Spezialeinheiten aber nichts mit den Protesten zu tun, sondern sei als Sicherheitsmaßnahme für das Turnier geplant gewesen. Wie viele Truppen verlegt wurden, teilte das Ministerium nicht mit. Informierte Handelsblatt.com Vom Hochblauen Mehrmals schrieb ich schon über die diversen Nobelpreisträger für ihre schreckliche Scheinheiligkeit, auch noch mit diesem Preis belohnt. Wie recht ich hatte. Kann man mit gutem Gewissen morden lassen? Ja, man kann. Wie wir sehen, jeden Dienstag wird dem Friedensnobelpreisträger Obama die sogenannte Kill-List vorgelegt. Immerhin wurden in der Amtszeit von Obama mehr Menschen im Drohnenkrieg ermordet als unter der Bush-Administration, also mehr geheime Drohnenmorde als George W. Bush in seiner achtjährigen Regierungszeit. Hier werden willkürlich vermeintlich Verdächtige vom Hindukusch bis nach Arabien nach Belieben zum Abschuss freigegeben. Zitierte Terraherz.at Und gerade auf der Startseite von T-Online las ich Folgendes Sein Deutschlandbesuch war eine einzige Scham-Offensive. Doch der US-Präsident kann auch anders. Die Quelle ist DPA. Erstmals hat die US-Bundespolizei FBI den Einsatz von Drohnen zu Überwachungszwecken auch innerhalb der USA bestätigt. Das FBI habe sehr wenige dieser unbenannten Fluggeräte in begrenzten Umfang eingesetzt, sagte FBI-Direktor Robert Müller am Mittwoch vor einem Senatsausschuss in Washington. Sie werden sehr selten eingesetzt und üblicherweise bei besonderen Ereignissen verwendet, wenn man ihre Fähigkeiten benötigt, erklärte er. Es ist sehr eng auf besondere Fälle und besondere Ansprüche begrenzt. Toll. USA Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup schwindet das Vertrauen der US-Bevölkerung in Regierung und Medien. So haben 90% der Teilnehmer nach einer Umfrage von letzter Woche wenig oder kein Vertrauen mehr in die Arbeit des US-Kongresses in Washington. Schlechtester Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1973. Nur 10% der Befragten hielten den Kongress für vertrauenswürdig. Das werden die eigenen Leute sein. 77% misstrauen den Nachrichten im Fernsehen. Das meiste Vertrauen verloren im Vergleich zum Vorjahr, der Umfrage zufolge das Gesundheitssystem. Diesem Misstrauen 65% teilte gegenfrage.com mit. Ankara Zehntausende Menschen sind täglich in Istanbul, Ankara, vielen anderen Städten der Türkei auf die Straße gegangen, um gegen die Polizeigewalt der vergangenen Tage zu protestieren, den Rücktritt von Erdogan zu fordern. Die Regierung setzt inzwischen voll auf die gewaltsame Unterdrückung der Protestbewegung. Es gibt die Polizei. Wenn das nicht reicht, gibt es Schandarma. Wenn das nicht reicht, gibt es die türkischen Streitkräfte, warnte der stellvertretende Ministerpräsident Bülent Aring im Gespräch mit dem Fernsehsender Er kündigte an, dass alle Kundgebungen und Versammlungen sofort aufgelöst werden, schrieb jungewelt.de. Das ist eigentlich ein Drama, was dort unten gerade abgeht. Iran Während in den letzten Tagen in unseren Zeitungen gegen das vermeintlich undemokratische Wahlsystem im Iran gewettert wurde, setzte sich am Samstag der als Reformer bekannte Hassan Rouhani mit 50,7% der Stimmen durch, berichtete Klagemauer.tv. Wahlbeteiligung 72,7%. William Beeman, Professor an der Universität von Minnesota, USA und Iran-Experte, bezeichnete die Wahlen entgegen allen anderslautenden Behauptungen als frei und gerecht. In einem Fernsehinterview erklärte der Amerikaner, ich muss den Menschen häufig verdeutlichen, dass Iran einfach nur seine Verfassung beachtet. Und dies sehr genau. Er schlussfolgerte, Irans verkürzte Wahlen sind in vielerlei Hinsicht humaner, sowohl für die Kandidaten als auch für die Bevölkerung. Und das könnte sich manch einer mal eine Scheibe abschneiden. Vor allen Dingen haben sie eine Verfassung. Eine gültige. Moskau Bei der Modernisierung seiner Streitkräfte muss Russland laut Präsident Putin die Gefahr eines Enthauptdurchschlages berücksichtigen. Militärische Analytiker sprechen immer öfter von der Möglichkeit eines entwaffnenden und enthauptenden Erstschlages, von dem nicht einmal Kernwaffenmächte sicher sein können, sagte Putin in St. Petersburg in einer Beratung über die Umrüstung der Armee. Auch das müssen wir in unseren Plänen für die Entwicklung der Streitkräfte berücksichtigen. Der russische Präsident verwies darauf, dass die USA ihren strategischen Raketenschild weiter aufbauen, meldete marialurdesblog.com Harvard, Paris Harvard-Ökonom Neil Ferguson hält Paris für extrem anfällig in Hinblick auf Ausschreitungen. Er sagte dem Sender CNBC, dass es bereits in diesem Sommer soweit sein kann, dass wir die Stadt in Flammen sehen. Grund, schlechte Wirtschaftslage, hohe Jugendarbeitslosigkeit, allgemein aufgeleutene Stimmung gegen die Regierung von François Hollande. Ferguson sagte, dass Paris traditionell eine Stadt sei, in der es schnell zu Unruhen und Ausschreitungen kommt, berichtete deutsche-wirtschafts-nachrichten.de EU Insgesamt sind in der EU 27% der Kinder von Armut gefährdet, in Österreich 19,2%. Das Risiko von Armut erfasst zu werden ist damit bei Kindern deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung, wo laut Eurostat EU-weit 24,2% in Österreich 16,9% als armutsgefährdet gelten. Das geringste Armutsrisiko weisen EU-weit ältere Menschen über 65 Jahre aus. Die Mehrheit der Europäer hat einer Umfrage zufolge wenig Vertrauen in die staatliche Pension. 69% haben demnach Angst dem Alter zu verarmen, teilte Format.at.mit Österreich Die mittwoch angemeldete Insolvenz des Bauriesen Alpine ist eine der größten Pleiten der Zweiten Republik, könnte vom Volumen der Verbindlichkeiten her alles bisher Dagewesene übertreffen. Einer ersten groben Schätzung der Kreditschützer zufolge erreichen die Gesamtpassivar rund 2,6 Milliarden Euro sagte Peter Stromberger von der Insolvenzabteilung des AKV Mittwoch zur APA Die Aktiva liegen ersten Angaben zufolge bei 661 Millionen Euro. Daraus errechnet sich eine Überschuldung von 1,9 Milliarden. Von der Pleite sind laut Kreditreform 6483 Dienstnehmer im In- und Ausland betroffen. Auf der Kreditorenliste stehen zudem rund 8000 Gläubiger unterrichtete Börse-Express.com Die Wirtschaft inklusive des Mittelstandes bricht bis Ende des Jahres zusammen, wie die Meldung soeben indirekt bestätigt. Warschau 2,4 Milliarden Polen und die gesamte EU strecken große Summen in den Ausbau des polnischen Straßen und Schienennetzes stecken nicht strecken. Viele Baukonzerne haben Aufträge an Land gezogen. Glatt geht dabei allerdings nicht alles. Beim Begleichen von Rechnungen sind Polen und die dort gestaltliche Straßenbaugesellschaft säumig. Aktuell ausständig 2,4 Milliarden Euro. Der Druck auf Polen wird jetzt erhöht. Einer Beschwerde der Europäischen Konstruktion Industrieföderation kurz FIEC haben sich nun einige Botschafter mit einem Protestschreiben angeschlossen. Die Botschafter wollen Aufklärung, warum die ausstehenden 2,4 Milliarden Euro nicht überwiesen werden. Ministerpräsident Donald Tusk zeigte sich vom Protest gleich mehrerer Länder unbeeindruckt. Es gebe keinen Grund, sich den politischen Druck zu beugen, zeigte korea.at das polnische Verhalten. Nur zur Information, sämtliche Gelder für die dortige Infrastruktur kommen aus Deutschland und der EU und wandern auch in dortige große Taschen. Nikosia Nochmal goldreporter.de Die zyprische Regierung hat laut eines Berichts des Wall Street Journales nur wenige Monate nach der milliardenschweren Rettungsaktion erneut um Finanzhilfe gebeten. Man benötige mehr Geld, um die Bank auf Zyprus zu stützen, hieß es die größte Bank des Landes. Zyperns Präsident Nikos Anastasiadis habe Angst um die Wirtschaft des Inselstaates. Die letzte Hilfeaktion sei ohne sorgfältige Vorbereitung erfolgt, meinte er. Im vergangenen April hatten die europäischen Finanzminister, EU-Kommission, EZB und IWF gemeinsam 10 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für Zypern genehmigt. 13 Milliarden musste das Euroland selbst beisteuern, unter anderem über eine Zwangsbeteiligung von Konteninhabern bei zyprischen Banken. Lourdes Wegen schwerer Überschwemmungen haben tausende Pilger einen Besuch des berühmten Marienwallfahrtsorts Lourdes im Südwesten Frankreichs absagen müssen. Viele Straßen der Region waren unpassierbar. Französischen Medienberichten zufolge stehen die Mariengrotte und die Pilger Basin nach tagelang schweren Regenfällen in den Pyrenäen 1,40 Meter unter Wasser. Nur die höher gelegene Wallfahrtsbasilika blieb verschont. Insgesamt wurden in der Region im Südwesten Frankreichs rund 2.000 Menschen vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht, einige davon mit Hubschraubern. Auch die Schulen der Region blieben am Mittwoch geschlossen. vermeldete welt.de Deutsche Hochwassergebiete Für abertausende Menschen ist der Fluthorror längst nicht überstanden. Vor allem die Landwirte verzweifeln. Felder saufen ab, Ernten verfaulen, hunderte Millionen Euro an Wert sind vernichtet. Auf rund 10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes hat das Wasser dort gewütet oder tut es bis heute. In den Ernteschäden sehen sie einen Grund für die Wetterbeeinflussung. Und jetzt eine Warnung von uns an den Nordwesten Deutschlands. Ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag den 20. 6. um 11 Uhr. Vor allem im Westen teils kräftige Gewitter örtlich unwetterartig zudem mit Ausnahme des Westens noch mal starke bis extreme Wärmebelastung. Wie wahr. Im Laufe des Nachmittags von Frankreich eine Gewitterlinie mit schweren Gewittern am Abend und in der kommenden Nacht nord- nordostwärts ausgreifend wobei vor allem die Gefahr von großem Hagel besteht aber auch Starkregen und oder Sturmböen sind möglich. Berlin Kurz von t-online.de Bund und Länder haben sich über die Finanzierung des milliardenschweren Fluthilfefonds Euro geeinigt. Das erfuhr die DPA in Berlin nach einem Treffen der Ministerpräsidenten und Finanzminister der Länder mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Ennepe Ruhrkreis Zu einer sechsmonatigen Gefährdung der Gesundheit eines Diabetikers erläuterte nrhz.de Hartz-IV-Leistungen der Regionalstelle Wetter des Jobcenters Ennepe waren bis 31. Dezember 2012 bewilligt. Der Weiterbewilligungsantrag für die nächsten sechs Monate bis Juli 2013 fristgerecht gestellt. Kurzfristige Adventspost vom Jobcenter Versagungsbescheid der ihnen ab 1. Dezember 2012 die Leistungen vollständig streicht. Begründung Bedarfsgemeinschaft mit einer Frau die Einkommen habe. Das müsse ihm von Leistungen abgezogen werden. Zwar weiß der Kunde zweifelsfrei nach dass diese Frau weder im selben Haus noch in seiner Wohnung lebt auch keine Kontovollmacht auf deren Bankkonto selbst der Nachweis dass alle vier Voraussetzungen nicht erfüllt sind um eine Einstehensgemeinschaft zu begründen interessiert das Jobcenter Ennepe nicht und so weiter und so fort naja das kennen wir ja alles schon Willkür halt BRID USA Studie nochmal klagemauer.tv staatliche Sexualpädagogik ist zunehmend darum bemüht pubertierende Jugendliche in ein Coming Out zu führen das heißt Festlegung von Jugendlichen durch ein bewusst öffentliches Bekenntnis eine umfassende amerikanische Gesundheitsstudie 2007 über die Veränderbarkeit der sexuellen Orientierung bei Jugendlichen sagte hingegen aus dass die Mehrheit der Jugendlichen zu stabiler Heterosexualität neigt und findet nicht aber wenn ihnen in einer labilen Phase der Identitätsfindung durch entsprechende Lehrinhalte Homosexualität regelrecht angepriesen wird in einer Abhandlung der Berliner Senatsverwaltung von 2007 über lesbische und schwule Lebensweisen werden Lehrer dazu angehalten mit Jugendlichen ein dementsprechendes Coming Out in Rollenspielen einzuüben also verrückte Welt bewusster Missbrauch staatlicher und schulischer Macht zur gezielten Umpolung der Schüler letztendlich zum Umbruch der ganzen Gesellschaft wir erinnern da auch an die sogenannte Frühsexualisierung Pädophilie und Missbrauch Die gute Nachricht von paranormal.de Alles ist Gedanke oder elektronische Lichtenergie sowie unsichtbarer Wasserdampf gleich feuchte Luft sichtbarer Wasserdampf gleich Wolken und Wasser Eis immer das gleiche sind Wasser auf unterschiedlichen Energieniveaus oder Schwingungsebenen so sind Gedanken die Essenz aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge Alle Dinge sind letztendlich Gedanken auf unterschiedlichen Energieniveaus Also hier fliegt Pappelsam ich muss mich schon entschuldigen für mein Krabbeln Die Qualität aller Dinge insbesondere ob etwas sichtbar oder unsichtbar ist wird nur durch die Frequenz oder Schwerungsrate der Gedanken bestimmt Materie ist dabei nur gleichsam geronnener in Form erstarrter Gedanke So wie ein Flugzeug Propeller unsichtbar wird wenn man seine Drehzahl erhöht so sind die aufgestiegenen Meister normalerweise für uns unsichtbar Die Frequenz ihrer Elektronen ist so hoch wir können sie nicht sehen jedoch können sie die Frequenz ihrer Elektronen bewusst verlangsamen und werden dann für uns sichtbar Das war es dann wieder mal für heute Wir wünschen euch einen angenehmen Abend Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören Eure Biene vom Honigmann Und Tschüss Zuhören Untertitelung des ZDF, 2020